Hallo und herzlich willkommen! Ja, und ich muss gestehen, dass schon die Folge 100 vorbei ist. Also ich habe die Folge 100 bereits aufgenommen, aber ihr seht momentan, seid ihr noch nicht so weit. Das heißt, ich habe sehr viel im Voraus aufgenommen und ja, aber ich mache mit euch heute ein Kartenchaos. Und das ist der Grund, warum das jetzt so ist. Also ihr seht diese Episoden vom Kartenchaos quasi früher. Früher. Grund dafür, wie gesagt, wenn ich das Kartenchaos in 1000 Jahren hochlade, wenn das schon längst vergangen ist, dann möchte von euch auch keiner mehr sehen. Und jetzt machen wir Kartenchaos. Weiß, wie gesagt, noch nicht so wirklich, was auf mich zukommt. Es gibt auf jeden Fall wieder eine Kartenpackung, das ist schön und deshalb nehme ich das natürlich auch mit. Begegnung am Wegekreuz. Eine Zufallsbegegnung am Wegekreuz mit einer Klasse und lasst euch überraschen, welche Karten ihr diesmal erhaltet. Klingt ein bisschen so, als sucht man sich quasi eine Klasse aus und bekommt dann random irgendwelche Karten zugewiesen, die dann ein Deck bilden. Gucken wir mal. Ja, ich nehme mal ein Mage, weil mit dem Mage bin ich so spontan am besten unterwegs. Übungstechnisch. Ja, guck mal, war G-Schnär werden gesucht, ne? Das ist doch schon mal immer wieder ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen, ne? Muss ja auch Arrangement zeigen. Arrangement. Klappe und Action, ne? Steve. Oh, ich habe einen Pyroblast, okay, krass. Und einen Leeroy Jenkins. Aber alle zu teuer. Steve, ich grüße dich zum heutigen Kartenchaos. Heute ist übrigens der 15., wenn ich mich nicht täusche. Äh, 15.07., ja. 15.07.2015. Ich das in 20 Jahren sehe, da denke ich, oh, ja, da bist du noch jung gewesen, ne? Boah. Fängt schon mal gut an. Nicht. Ah, so. Okay. Ist doch gar nicht so schlecht, sieht das doch gar nicht aus, ne? Oh! Moga so Ogre. Alles klar. Ja, hier können wir sonst nichts spielen, ne? Hm. Steve. Lobet das Licht. Ja, Androide hat in der Regel keine Geheimnisse. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist, ob man auch von anderen Karten Klassen bekommt. Äh, von anderen Karten Klassen bekommt. Von anderen Klassen Karten bekommt. Ich glaube aber eher nicht, sieht nicht danach aus. Ja, gut. Von anderen Klassen Karten bekommt. Wie kann ich euch fehlen, zu sein? Ei, ei, ei. Chiefs, ne? So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann können wir im nächsten Zug eventuell... ... klären, ne? So, oder mit dem, oder hier, oder... Gucken wir mal. Steve! Hm, ich frage mich, ob... Oh, mal der Natur. Aber geblockt, ne? Sorry, sorry. Gut gespielt. Danke. Wildwuchs. Okay. Jetzt haben wir fünf Männer. Dann machen wir nochmal... Ja, zack. Oh, zack. Ich kann mich nicht entscheiden. Entweder ihmchen oder ihmchen im nächsten Zug. Eigentlich wäre... ... eher ganz cool, weil dann können wir... ... ein bisschen Karten ziehen. Vielleicht. Was wir machen. Ja. Macht, glaube ich, zwei Schaden, ne? Ja. Können wir jetzt auch eigentlich mit dem Feuerball wegmachen? Na. Würden die beiden auf jeden Fall noch überleben, ne? Das wäre... Das stimmt natürlich nicht. Ja, gut. Ah, den Ping habe ich vergessen. Ah, was soll's. Gewinnen wir trotzdem. Wir gewinnen trotzdem. So. Hätte gerade so beschlossen. Ist auch schon wieder so spät heute, ne? Ich wollte eigentlich schon viel früher anfangen, aber... ... noch andere Sachen zu tun, ne? Ich frage mich. Eingefriert, ja. Gefroren. So. Der Riese ist eigentlich ganz gut. Gläubig. Aber jetzt bin ich gespannt, was er macht. Den hier möchte ich auf jeden Fall erst ausspielen, wenn er auch weniger als 15 Leben hat. Hm. Pyruschlag, ja. Könnte gleich schon GG sein, ne? Also was heißt gleich, aber ja. Da dauert es nicht mehr lange. Das ist krass. Na gut. Was machen wir da für Sachen? Ich glaube... Butz. 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 Ich habe die besten Angebote, mein Gott. Zack und zack. Da müsste er immer noch eingefroren sein, genau. Dann können wir gleich nochmal einen Ping drauf machen. Oh, das sieht Jude aus, ne. Das sieht richtig Jude aus. Falls er jetzt ein paar Diener spielen sollte, können wir auch noch Blizzard machen, ne. Wir haben viele, viele Optionen. Jetzt steckt die in Schwierigkeit schon. Oh. Hm. Sternenregen ist gut. Oh. Das hat er gut gemacht, ne. Dann machen wir das mal... Obwohl... Ja, ich weiß es nicht, ne. Ich meine, Tod ist er sowieso im nächsten Zug. Dann wäre es, glaube ich, besser, den zu spielen und den zu spielen. Im nächsten Zug gibt es dann Pyro-Schlag und dann ist es vorbei. Ich bringe Leben. What? Gut gespielt. Ich danke auch. Das ist trotzdem GG, aber es war nicht schlecht. Tschau. Jeden anderen hätte er kaputt machen können. Der hat nicht funktioniert, ne. Schade. Ja. Wir sind 23 geworden mit dem Mage-Frostnova-Golden und ne Kartenpackung erhalten. Die werde ich aber erst öffnen, wenn die anderen beiden Folgen auch noch durch sind. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Kartenchaos wieder. Wie gesagt, es wird jetzt noch zwei Folgen mit diesem Kartenchaos hier geben. Begegnung am Wegekreuz. Da gibt es jetzt nochmal zwei Folgen. Also noch eine und noch eine. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. 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 Vielen Dank.